Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, der Antrag der CDU und der SPD-Fraktion hört sich wohl fair an. Wer könnte schon etwas gegen mehr schulische Bildung und gerade Spracherwerb sagen? Unserer Ansicht nach geht dieser Antrag aber an den wirklich drängenden Fragen und Problemstellungen vorbei und betreibt das, was wir so häufig in der Politik erleben, Symptom statt Ursachenbekämpfung. Unter Punkt 1 des Feststellungsantrags heißt es, die Voraussetzung für den Integrationserfolg ist, dass dieser Prozess von Kindern, Jugendlichen und Eltern mitgestaltet wird. Nun ist Mitgestaltung wahrlich wichtig, mit Bestimmung vor allem im Vorfeld aber wichtiger. Wo geschah dies? Bei den beteiligten Eltern und dazu gehören auch die Eltern der bereits an den Schulen lernenden Kinder vorab. Vor allem zu der Frage, wie viele Menschen und also auch Kinder in Sachsen eine neue Heimat finden sollen. Denn hier erleben wir ein weiteres Mal, was die gesamte Diskussion um die Migrationskrise beeinflusst und in weiten Maßen in die Irre führt. Wir reden über den zweiten und dritten Schritt, bevor wir über den ersten Schritt geredet haben. Und das heißt, bevor wir über Integration diskutieren, muss klar sein, wer letztlich integriert werden kann und soll. Und da weiß ja inzwischen sogar Herr Oppermann, ich habe mich sehr darüber gefreut, dass Kriegsflüchtlinge nur ein begrenztes Bleiberecht haben. Insofern hat die Regierung selbst die wichtigste Voraussetzung für erfolgreiche Integration missachtet. Sie hat sich nicht an das gehalten, was sie unter Römisch 2 des Feststellungsantrags fordert, nämlich die Anerkennung der Grundwerte unserer Verfassungsordnung. Denn die zusätzlichen Probleme, die Ihre Regierungskoalition in Berlin produziert hat und die Sie nach wie vor mittragen, diese zusätzlichen Probleme, vor denen nun die Schulen stehen, sind erst durch hunderttausendfachen Verfassungsbruch möglich geworden. Vielleicht lesen Sie mal die entsprechenden Gutachten. Zum zweiten Teil des Antrags. Ja, oftmals muss nicht nur Werteordnung gelernt werden, sondern auch Umgangsformen in der CDU. Hier wird gefordert, sicherzustellen, dass die Lehrkräfte und die räumlichen Kapazitäten zur Absicherung des Unterrichts Deutsch als Zweitsprache bedarfsgerecht an die steigenden Migrantenkinder angepasst wird. Diese Forderung überrascht uns und ist kaum nachzuvollziehen, weil unter anderem im Antrag 2774 der Grünen genau das abgelehnt wurde. Dort gab es nämlich die Begründung, es kann immer zeitnah gemäß aktueller Herausforderungen agiert werden. Zweitens, warum wird lediglich gefordert, den DATS-Unterricht entsprechend abzusichern und nicht den gesamten Unterricht? Heutiges Problem im DATS-Bereich ist das morgige Problem im Regelunterricht. Drittens, die Forderungen für die Migranten sind anhand der ansteigenden Zahlen verständlich, aber wo war ihre Zustimmung, als die AfD-Fraktion in der Haushaltsverhandlung 2015 eine Sicherstellung für den Unterricht im Allgemeinen gefordert hat? Wie so oft offenbart der vorliegende Antrag genau die Politik mit zweierlei Maß, die ihnen so viele Bürger vorwerfen. Diese Politik steckt auch im Punkt Römisch 5. Dort wird es für erforderlich gehalten, die Befristungen im DATS-Bereich möglichst schnell zu entfernen. Wie sieht es denn mit der Entfristung der vielen befristeten Lehrkräfte im regulären Unterricht aus? Gerade im DATS-Bereich aufgrund der ständigen Aktualisierung der Lage und auch angestrebter Entwicklungen in der Migrationskrise, nämlich der Umsetzung von Recht und Gesetz, ergibt die Befristung den größten Sinn. Und davon abgesehen sind bereits 160 unbefressete Stellen hierfür vorgesehen. Frau Dr. Petry, gestatten Sie eine Zwischenfrage? Ja. Frau Dr. Petry, um Ihrem Vorwurf zu entgegnen, hier Umgangsformen nie zu beachten, deswegen gebe ich Ihnen jetzt die Chance, eine Zwischenfrage zu beantworten und zu beweisen, dass Sie auch inhaltlich verstehen, wovon Sie reden. Können Sie mir sagen, wie viele befristete Lehrerstellen im Schuldienst wir derzeit im Freistaat Sachsen haben? Herr Schreiber, es ist schön, dass Sie mir jetzt eine Frage stellen, die nicht zum Antrag gehört, aber zu den Umgangsformen geringsten gerade nicht. Und deswegen werde ich meinen Vortrag jetzt fortsetzen, denn genau darum ging es gerade nicht. Hören Sie doch einfach zu. Das wäre doch schon mal nicht schlecht für den Anfang. Genau. Im Antrag wird nicht auf viele bereits vorhandene und drängende Probleme eingegangen. Auch die Fristsetzung für die Punkte im Antrag fehlt. Zum Beispiel, bis wann soll denn die Darlegung der Wertevermittlungsmöglichkeit, das Konzept zur Vermittlung von Verfassungsgrundsätzen und die Prüfung der Entfristung erfolgen? Und zur Vergangenheit, wo waren da Ihre Anträge zur Sicherstellung der regulären Unterrichtsabdeckung, zur Senkung des Unterrichtsausfalls inklusive des Ergänzungsbereichs? Wo waren Ihre Ideen gegen den nach wie vor hohen Unterrichtsausfall von bis zu 8 Prozent und zur Verbesserung der Schulausstattungen? Manche Ausstattungen von Schulen sind zu schlecht, dass Direktoren sogar die Sekretärsarbeit selbst übernehmen müssen. Und weitere Beispiele könnten wir bringen. Als Zwischenfazit müssen wir feststellen, die Auseinandersetzung mit der Frage, wie man integriert, wen man integriert und wie Werte gut vermittelt werden, ist durchaus berechtigt. Deshalb kann Ihr Antrag kaum abgelehnt werden. Aber wir können ihm auch nicht zustimmen, denn mit dem Antrag soll auch die weitere Aufstockung der DATS-Lehrkräfte ermöglicht werden. Wenn die Regierung ihre Hausaufgabe machte und rechtmäßige und ordentliche Zustände an Schulen herstellen würde, wäre diese weitere Aufstockung überhaupt nicht notwendig. Wir haben bereits jetzt 446 DATS-Klassen mit mehr als 6.000 Schülern, 290 DATS-Lehrer und 160 weitere, die in diesem Schuljahr eingestellt werden. Die Zahl der Migranten in DATS-Klassen stieg von 2014 auf 2015 um über 70 Prozent. Und wir haben in Sachsen ca. 25.000 Schüler mit Migrationshintergrund an sächsischen Schulen. Das macht ca. 7 Prozent der Schülerschaft aus. Deswegen richten wir unseren Appell an Sie. Wir müssen die Aufnahme von Migranten und auch Migranten und Kindern endlich an unsere Kapazitäten anpassen und nicht umgekehrt. Die Argumentation, jetzt haben wir die Migranten und ihre Kinder nun einmal hier und müssen damit umgehen, die greift in der Perspektive zu kurz. Und zwar nicht, weil wir fremdenfeindlich sind, sondern weil wir es nicht schaffen, bereits vorhandene eigene Probleme zu lösen. Und daran wird die aktuelle Situation und eine weitere Zunahme von Migranten nichts ändern. Bevor die AfD nun wieder als herzlos beschimpft wird, sollte sich jeder, der das vorhat, fragen, wie inländerfeindlich oder herzlos diejenigen waren, die sich gegen die nötigen allgemeinen Bildungsinvestitionen im Haushaltsjahr 2015 stellte, die unter anderem auch wir gefordert haben. Herzlichen Dank. Applaus Applaus Vielen Dank.